Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Mai 2020 liegt hinter vielen von uns eine sorgenvolle Zeit. Hoffentlich vor uns allen jetzt ein guter Sommer und im Herbst dann doch eine Zeit, in der die Bedingungen noch relativ ungewiss sind und hier spreche ich von den Bedingungen der Präsenz und der Präsenzveranstaltungen, die wir sicher gerne durchführen würden und für diese Zeit müssen wir aber planen. Daher möchte ich an dieser Stelle mit Ihnen ein paar Gedanken zur resilienten Angebotsplanung teilen. Das sind Gedanken, die wir hier bei Erwachsenenbildung.at im Arbeitsbereich Digitale Professionalisierung im Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aufgefangen haben in Netzwerktreffen, auf einem Barcamp, in Beratungssettings und Begleitsettings und natürlich erheben diese Gedanken weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Wahrheit, aber wir möchten sie einfach mit Ihnen teilen. Die Fragen, die jetzt häufig auftauchen, sind Fragen wie diese und hier handelt es sich um Originalzitate von Kollegen und Kolleginnen. Welche Möglichkeit gibt es im Fall eines neuerlichen Lockdown, Veranstaltungen, die analog geplant sind, als Onlineveranstaltungen stattfinden zu lassen oder kann es gelingen, Veranstaltungen von vornherein sowohl als Präsenz wie auch als Onlineveranstaltungen zu planen und durchzuführen? Und wir sind natürlich der Ansicht, ja, eine solche resiliente Angebotsplanung ist möglich und würde sich dadurch auszeichnen, dass man einerseits robust plant, also auf bewährter Basis aufbaut und andererseits wirklich proaktiv sich der Herausforderung stellt, dass man einfach unsichere Bedingungen hat und so plant, dass man im Anlassfall flexibel reagieren kann, falls es noch einmal zu Ausgangsbeschränkungen kommt. Bei all dem aber sich auch Lernerfahren verhält, also wirklich berücksichtigt, was in den letzten Wochen, die hinter uns liegen, auch gelernt wurde und es ist sehr, sehr viel. Es war wirklich eine Zeit der Lernsprünge, was das Digitale betrifft. Schnell online zu gehen war für viele Angebote und Anbieter möglich. Es war verblüffend, wie von Sprachkursen über Tagungen bis hin zu Yoga-Kursen und Tanzkursen plötzlich sehr, sehr vieles im Online-Raum stattfinden konnte. Es gab Lernsprünge im Hinblick auf den Umgang mit Videokonferenz-Technologien, auch Zuwächse in puncto Lernplattformen. Wenn man jetzt ein großes Online-Treffen mit Kolleginnen und Kollegen erlebt, merkt man eindeutig, wie viel weniger Erklärungen nötig sind, wie reibungslos auch lange gemeinsame Arbeitstreffen zurzeit stattfinden können. Und vor allem haben wir auch eines gelernt, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben, Live-Videomeetings ermöglichen Kontakt. So manches Familientreffen hat dank solcher Technologien stattfinden können und so manches Feierabendbier im Kolleginnenkreis war mit Hilfe von Videokonferenz-Technologien möglich. Und das hat sie und generell das Online-Leben vielleicht ein bisschen aus diesem Schmuddeleck des Unpersönlichen befreit. Zumindest ist es das, was wir von vielen Seiten jetzt so gespiegelt bekommen. Ja, mit diesen Erkenntnissen weiterzugehen, was kann denn das bedeuten? Dafür möchte ich mit Ihnen jetzt noch einen etwas genaueren Blick auf die konkreten Lernerträge in der Bildungsplanung werfen, soweit wir diese Lernerträge in Begleitungs- und Beratungsprozessen miterleben durften. Und hier greife ich zurück auf das Baustein-Modell, das wir vor circa eineinhalb Monaten schon einmal vorgestellt haben. Wir haben damals gesagt, um schnell online gehen zu können, braucht es im Grunde folgende Elemente. Es braucht eine Internetpräsenz, einen Kursraum im Internet, sei das eine Lernplattform wie Moodle. Viele haben jetzt auch mit Microsoft Teams gearbeitet oder sei es einfach eine Website. Es braucht vor allem auch eine Technologie und die Möglichkeit, um sich live, synchron gemeinsam treffen zu können. Eine Videokonferenz-Technologie, jetzt ist neben Zoom auch häufig BigBlueButton oder Webex oder GoToMeeting verwendet worden. Es braucht darüber hinaus Möglichkeiten, kooperativ Aufgaben oder Übungen durchzuführen. Häufig ist das ohnehin bei der Lernplattform schon integriert oder man verwendet ganz einfache Tools wie einen gemeinsamen Texteditor, zum Beispiel ein Scriptpad, um solche Phasen zu ersetzen, die wir normalerweise am Flipchart gemeinsam verbringen würden, um etwas zu erarbeiten. Und gut wäre auch noch ein Kanal für die Gruppenkommunikation. Das kann man natürlich vielfach auch durch E-Mail ersetzen, aber man könnte natürlich auch einen Slack-Kanal dafür haben oder man hat vielleicht einen Kanal für die Asynchrone Kommunikation beim eigenen Kursraum schon dabei. Man kommt mit wenig aus, im Grunde, wenn es schnell gehen muss. Wir haben trotzdem erlebt, für viele Einrichtungen war zunächst einmal das Bild folgendes. Es herrschte die Fantasie vor, man müsste jetzt synchron sehr, sehr dicht, auch wenn man beginnt mit dem Online-Gang, synchron sehr, sehr dicht mit den Teilnehmenden, entweder im ständigen Vortrag oder in ständiger Live-Interaktion ganze Tage online verbringen, vielleicht mit einem E-Mail vorweg beginnen und eine Lernplattform zur Verfügung stellen, aber im Grunde immer da sein. Und das ist besonders zu Beginn natürlich sowohl für die Unterrichtenden als auch für die Teilnehmerinnen sehr, sehr fordernd. Daher haben wir auch so als einen häufigen Lernschritt miterleben dürfen, wie dieses Setting ein Stück aufgelockert wurde, wie manche Veranstaltungen dann wirklich im Flipped-Design begonnen wurden und mit einer Zusendung von Materialien, einem Fragebogen oder auch einem Video gestartet wurden und man sich dann getroffen hat, live, synchron für eineinhalb oder eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden und dann eine asynchrone Arbeitsphase, Kleingruppenarbeit oder auch Einzelarbeiten zur sozialen Entlastung zwischengeschaltet hat, sich dann wieder getroffen hat, gemeinsam und dann noch einmal in Gruppen oder auch Einzelnen dazu angeregt hat, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und etwas zu erarbeiten und um sich abschließend noch einmal zu treffen. Das wäre jetzt so eine grobe Skizze für ein bis zwei Seminartage, vielleicht auch drei, wo man sich zwei bis drei Mal auch dann wirklich live, synchron online trifft. So haben wir das mehrfach erlebt und dazu kam natürlich in der Zeit des Lockdowns die Herausforderung, dass viele Unterrichtende und auch Teilnehmerinnen zu Hause mit ihren Familien waren, sich gar nicht einen ganzen Tag lang durchgehend auf eine Weiterbildung einstellen konnten. Da hat es dann noch einmal so einen Schritt gegeben, das Setting ein Stück weit sozial und zeitlich zu entzerren und zu entlasten. Man hat dann manchmal so einen Eintagesplan auf zwei, drei Tage aufgeteilt und gesagt, na gut, ich mache einen Drei-Stunden-Block mit Treffen und Einzel- oder Gruppenarbeit und am nächsten Tag noch einmal und am dritten Tag vielleicht abends auch nochmal so einen Drei-Stunden-Block und habe auf diese Weise eine Acht-UE-Veranstaltung auf drei Tage aufgeteilt. Das alles hat schon zu einerseits sehr entlasteten und andererseits sehr wendig durchführbaren Online-Designs geführt und wenn man sich hier jetzt diese letzte Idee ansieht, dann eignet sich die sehr, sehr gut für die Übertragung in eine Blended-Learning-Veranstaltung. Wir sind hier oben noch immer bei dieser rein online geplanten Durchführung. Man würde starten mit einem Live-Meeting, Videokonferenz, dann eben Gruppenarbeit, Einzelarbeit mit Bezug auf den Online-Kursraum, dann wieder ein synchrones Meeting, alle gemeinsam online, dann asynchron und wieder synchron enden. Das Ganze kann ich natürlich aber genauso als Blended-Learning-Veranstaltung machen. Wenn man sich wieder gut und ungehindert treffen kann und das gut funktioniert, dann starte ich da in Präsenz und gehe dann weiter mit einer Online-Phase, wo die Teilnehmenden in guter Begleitung und guter Integration beider Phasen, Online und Präsenz, die Möglichkeit haben, mit Materialien und Unterlagen miteinander oder auch in Einzelarbeit selber sich auseinanderzusetzen, selber etwas zu erarbeiten, dann trifft man sich wieder synchron, um das zu vertiefen, Fragen zu klären, einfach in den Dialog und die Auseinandersetzung zu kommen. Dann arbeitet man wieder asynchron weiter und schließlich trifft man sich noch einmal in Präsenz. Also diese drei Meetings, die einfach als synchrone Videokonferenz-Meetings geplant wären, kann man sehr gut als Präsenz-Meetings durchführen und wir hätten da hier ein Blended-Learning-Design im abgesicherten Modus, bei dem man von vornherein davon ausgeht, dass diese Präsenzphasen eine Länge haben und einen Aufbau und Inhalt haben, den ich auch gut in den Online-Raum verlagern könnte und als Videokonferenz durchführen könnte. Sollte das im Herbst 2020 nötig sein und sollte es zu einer neuerlichen Beschränkung von Präsenztreffen kommen. Das wäre so eine Möglichkeit, resilient zu planen, auf dem aufzubauen, was wir jetzt gelernt haben und gleichzeitig wirklich proaktiv zu sagen, okay, wir wissen es nicht, was wirklich kommt. Wir planen von vornherein Blended-Learning, um dann auch die Teilnehmenden nicht so vor den Kopf zu stoßen, wenn sie sich auf reine Präsenz einstellen und es dann nicht möglich sein sollte. Das war ja im Frühling auch häufig eine Erfahrung, dass Personen, die sich auf Präsenz eingestellt hatten, diesen Wechsel auf reine Online-Veranstaltungen nicht so leicht vollziehen konnten als Teilnehmende. Das ist natürlich leichter, wenn man sich von vornherein auf ein Blended-Learning-Setting einstellt und die Möglichkeit des Online-Lernens für sich auch von vornherein in Betracht zieht. Was heißt das jetzt für ein Grobdesign von mehreren Einheiten hier noch einmal dargestellt? Das kann ich ja auch aufs Große übertragen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren deutschen Kolleginnen von Fräulein Flow für die Abbildungen, die aus ihrem Fünf-Stufen-Modell entnommen sind. Ich könnte natürlich planen mit Präsenz, Online-Präsenz, Online-Präsenz und im Fall eines Lockdown, wie gesagt, die Phasen 1, 3 und 5 als reine Online-Meetings durchführen. Und wenn Sie hier genauer reinlesen, dann sehen Sie, dass in diesen Online-Meetings 1, 3 und 5 tatsächlich genau das Gleiche passiert, inhaltlich wie in den geplanten Präsenzphasen. Und wenn ich jetzt einen Inhalt habe, der sich für eine längere Projektarbeit eignet oder eine Online-gewohnte Zielgruppe, dann kann ich genauso gut eine Abfolge von Präsenz, Online-Online-Online-Präsenz planen. Und auch da hätte ich im Fall von Beschränkungen natürlich die Möglichkeit, das rein Online durchzuführen, wenn nötig. Und hier eben die erste und die letzte Präsenzveranstaltung mit Hilfe einer Videokonferenz-Technologie durchzuführen. Das ist einer der sicher vielen denkbaren Vorschläge für resiliente Planung. Wichtig ist dabei, immer mit zu bedenken, dass Online nicht heißt, dass unpersönlich gelernt wird und dass man Atmosphäre gut gestalten kann und soll, dass man Pausen mit Musik, mit Bildern und vielen anderen Elementen sympathisch gestalten kann und dass auch soziale Symbole wie hier dieser High Five natürlich genauso gut mit Hilfe von Videokonferenz-Technologien möglich sind. Also diese Technologien eignen sich ja nicht nur zum Arbeiten, sondern auch, um das soziale Leben zu unterstützen, wie wir das ja in den letzten Wochen auch eindeutig gelernt haben. Danke.